dass das nur die Redaktion ist. The Reduction. Meine Frage, ist das Blossom-Ding nicht besser mit den AP-Werten von Beiger, oder braucht man die Abopend von Void? Ich behaupte, ohne es zu wissen, dass dieses Bloom-Item besser ist, wenn du es früh holst, aber wenn du es zum Beispiel als fünfte oder sechste Item holst, ist wahrscheinlich der Void-Stuff einfach besser, weil du mehr Stats hast. Aber, bevor ich das einfach so raushaue, also es gibt Item-Bilds, die brauchen eine Kosteneffizienz, und dann gibt es Item-Bilds, die brauchen eine Slot-Effizienz, okay? Das heißt, wenn du Frozen Heart als letztes Item holst, ist es wahrscheinlich das falsche Item, weil es nicht Slot-Effizient ist. Wenn du es aber als erstes oder zweites oder drittes Item holst, ist es wahrscheinlich noch besser, weil es da um Kosteneffizienz und nicht mehr um Slot-Effizienz geht. Okay, ich spiele Top-Lane jetzt, ne? Brauche ich denen gar keinen Bock. Jax, also ein Shit. Ich glaube, Jax ist übel frustrierend. Alright. So, wir haben erstmal einen Void-Stuff, der ist 114% Kosteneffizient. Soweit, so gut. Bringt 40% Magic Pen und so weiter und so fort. Das hat zwei Wege, also für 3000 Gold übrigens. Das hier kostet 150 Gold weniger, bringt 70 Ability Power, 15 Ability Haste und 30% Magic Penetration und du hast den Effekt, dass du auf Take, Don't & Kill bekommst. Das ist bis bei 124% Kosteneffizienz. This should be better. Um ehrlich zu sein, vielleicht in allen Lagen, aber ich glaube, dass im Late Game tatsächlich der, wenn du nicht von dem Krypto-Boom-Effekt hart profitierst und du tust das nicht so oft, dass dann der Void-Stuff besser ist. Aber das hier ist einfach besser, wenn du es als drittes oder viertes Item holst. Safe. Aber wenn ich jetzt Krypto-Boom mit Lars Hüspa vergleiche, oder mit Void-Stuff in dem Game gerade, ich glaube, dass Void-Stuff eigentlich die bessere Wahl war. So, was habt ihr denn für eine... Oh mein Gott. Oh ja. Alles gut. Ich habe eben keine Morgana mehr gesehen. Stimmt gar nicht. Aber ja. Was spielen wir denn Schönes überhaupt? Was machen wir Süßes? Morgana hat quasi das, was TF auf W hat, auf Skyshot. Aber Stunt nicht. Ich meine, das wäre zu OP. Wollen wir eine Runde Melfight ballern, oder was? Gegen Masa Yim? Ja, oder? Schon geil. Wir haben so eine richtige Season 2-Comp. True. So richtig Bronzeodia-mäßig. Der neueste Champ ist einfach Vayne, oder? Ja. Ich glaube, die ist wirklich... Nee, Vayne ist sogar... Ist die Season 1 sogar rausgekommen, oder ist die 2? Ja, aber Vayne ist der neueste Champ von denen, die wir hier haben, oder? Ich glaube, die sind 2 ist hier rausgekommen. Ne, 2011 sogar. 2011 war es Season 1, oder? Ja, 11, ja. Krass. War ja mal Kassadin-Mail früher. Du hast irgendwie alles mal gemailt, ne? Ja, ja. Irgendwo Dragonmancer-Kassadin-Diakon, sieht ja krank aus. Ich hab schon geides genutzt mittlerweile. Ja, früher hat man einfach alles gespielt, ne? War das immer noch? Ich glaube, ich hab letztendlich so Season 2 hab ich 110 Champs gehabt im Rink. Und jetzt hab ich 20. so, ich hab jetzt gerade im Drive-By die geilste Carbonara der Welt in mich reingestopft. Also so, eine fette, eine fette Gabel. Der Tim, der Tim kann einfach kochen, Mann. Und ich hab mein Kaffee vergessen. Oh mein Gott. Ich dachte, das war der Grund, warum du aufgestanden bist. Ja, ich bin, ich hab Kaffeemaschine angemacht, war pissend, dann hat mich die Carbonara komplett abgelenkt. Verständlich aber. Scheiße. Das ist mein Magen glücklich und meine Sohn. So, ich würd mich für 30 Minuten und dann mach ich warm wieder ein, okay? Okay. Wait, warum? Ach so, wegen Kassadin, ja. Unsere Farben sehen irgendwie alle cool aus. Abgestimmt. Boah, das war so geil, das Frühstück. Boah. Was gab's? Geile Sachen. Schwanz. Brücki, bist du da? Ich bin da. Geil. Warte mal, ganz kurz. Sven, du kannst mir die Tasse holen, das wäre sehr lieb. Brücki? Ich hab da gehört. Hä? Wie fahre ich mir zu mir? Warte mal. Ich weiß nicht, warum ich lache. Wir machen jetzt ja gleich Training. Ja. Aber ich esse dann die Carbonara, würde ich sagen. Du musst ja also für dich was bestellen. Ich weiß nicht, wie viel noch übrig ist. Du bist ein kleiner Verkäufer, bist du. Das ist wirklich krass, ne? Ich bin schwierig. Da ist auch richtig viel Käse noch. Ich werde mir so viel Käse drauf machen. Ja, ist okay. Ist das okay? Nee, eigentlich nicht, aber ist okay. Eigentlich nicht, irgendwie traurig, ne? Ich hab auch Bock auf Burger. Hat Tim Carbonara gemacht, oder? Jo. Aber dann ist doch was über für mich vielleicht noch, oder nicht? Also mein Teller war sehr groß. Okay. Und die Pfanne war sehr leer. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Ah, ich see. Welches Support, nämlich den Alt-Atlas? Es gibt nur den. Es gibt nur den, ja. Okay, okay. Außer du spielst Gin. Dann nicht. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, was ist mit morgen? Ich würde morgen auch noch eine Runde organisieren. Morgen ist Tolki mit dabei. Der von euch kann... Nee, dann bin ich raus. Hast du was bei der... Tolki hab ich auch wirklich gar keine Lust drauf. Mein Gott. Schwierig. Guck mal, da kommt der Sven. Also wenn ihr morgen noch mal zwölf bis 15 wollt, sagt mir gerne Bescheid. Da würde ich auch noch ein Danke dir sagen. Also es macht Spaß, aber ich muss ehrlich sagen, einmal die Woche Flex gereicht mir tatsächlich. Jo, das ist total okay. Ey, das verstehe ich. Absolut. Ich glaube, ich kann morgen will ich nicht, weil ich ein Placement habe. Oh, wir sind tot, ne? Placement? Ja. Oha, für was? Für ein Spiel. Krass. Will ich unterstellen? Hab den Namen vergessen. Gut. Ich starte mal beim Reden. Level 2 Topling, Jungs. Level 2 Topling ist übel gut mit Melfight, ja. Ich hab richtig... Ich hab ultra viel Setup. Ich kann ja mit daherrennen und würdest du schreien. Cool. Kommt die Scheibe. Wenn die Wieser gar geistet. Ah, der Gesundheit. Gesundheit. Warum hab ich eigentlich Katerling gekriegt? Dann tut du dann gegen Tali, oder? Ja, so ist fein. Bup. 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 Rügel, äh, Sola, du spielst danach noch weiter, lol? Ja. Kannst du Metall umstellen auf richtiges lol-Spielen? Jo. Bin nicht respektable, kann ich nämlich überhaupt nicht. Respekt geirrt. So. Bup. Bup. Ja, ja, ja. Also doch kein Level 2 Gang Top. Eher nicht. Okay. Das hab ich jetzt gemacht. Und das honoriere ich auch. Sehr. Ich dich als Mensch respektiere. Obwohl du einem Halbgott gleichst. Halbgott ohne Hose. Wie mir einfach Mana fehlt. Wie? Das quält. Kannst du, naja, kannst du nicht, ne? Leon, hast du schon Helldivers getestet? Äh, ja. War ich mit Matteo? Ich fand's sehr nice. Hat sehr viel Bock gemacht, aber ist halt auch sehr grindy. Aber ich finde so, den Grundaufbau vom Game von Nice und wie die Devs das angehen. Jo. Von dieses große Gemütegefühl. Alle gegen gegen den Schwarm. Ist ganz geil. Habt ihr euch mit Dropbots getötet? Äh, ja, mit allem. Geil. Ist mir auch passiert. War aber witzig. So, Bot Lane. Ich habe jetzt bald den Clear durch. Ich weiß nicht, wie Krabben aussehen. Was für euch. Ich mach ein paar runter. Leon macht die komplett nass hier. Ja, ich mach noch einen Grump und dann bin ich da. Ja, der Solo-Bono. Oh boy, oh boy. So. Ich bin hier in der Mitte gleich tot, wahrscheinlich. Ich komme an Bord. Jetzt, jetzt. Du sitzt mit einem Hook. Oh boy, oh boy, oh boy. Das wird schwer, oder? Oh, der will nochmal. Okay. Das Spiel. Das muss wahrscheinlich flashen, oder? Wenn der jetzt Hook ist. Also, ich hab noch Black Shield. Ich auch noch Heal. So, ich weiß jetzt nicht, wo der andere Jungler ist, weil ich das Spiel nicht kann. Der kam von Topside. Das hat wahrscheinlich Krabbe gemacht. Dann wird das wieder Bot. Dann mach ich jetzt die untere Krabbe und ging nochmal Bot. Ich kann mal hier kurz geworden. Jo, der hat gerade genug. Okay, ich probier's. Ich hieß es mit. Die Diven theoretisch. Nino Flash. Dive? Seht euch bei einem Dive? Ja. Du musst jetzt mit dem Vorrech gepuschen. So hast du mich bei einem Black Shield, mit einem Black Shield, ne? Ja, ja, ja. Kannst du auch den Black Shield auf mich anmachen und ich nehme die Anruhe. Die ist Topside, ne? Die ist Topside. So. Okay, ich gehe los. Ich renne durch. Nimm mal den. Okay, dann nimm mal den. Wenn die Taddea ganz frech ist, könnte die eventuell Wurz sein. Da, Knie. Ich liebe euch. Können wir auch noch Dive, Leo? In zwei Sekunden. Wie bitte? Wenn du einfach hochbrennst. Ich hab hier. Das ist scheiße. Ich tanke. Wie hat sich das angefühlt, Brücki? Wie scheiße. Wie scheiße. Wie scheiße auslöffeln. Ich seh einfach nur, wie du Kiyu drückst als Mord, halt. Und wie einfach bist du dumm. Das ist so ein schlechtes Design. Hat das jetzt eigentlich hier, ich hab ihn gesehen, Runans macht, also triggert alle on. Ist das noch da? Was hat die so von mir rausgenommen? Ne, haben sie, glaube ich, gechanged. Die haben nur das Vandiri-Video wahrscheinlich gesehen. Boah. Der hat eine Dark Souls-Rolle gemacht. Na klar. Light Roll. Light Roll. Ja, Mitte kriegt Stress. Ich nex sie. Jetzt fehlt hier gerade. Könnt ihr bitte kommen? Ja, natürlich. Ich renne durch bis Botlane. Klingt gut. Botlane ist bei mir? Ich bin bei dir. Kannst rein, kannst rein. Krass. Masi ist bitte durch. Du hast den geholtet. Warum nicht? Goll. Ich renne Botlane durch. Maxim? Entschuldigung? Rollst du komplett? Ne, es ist zu beleidig. Es ist zu beleidig. Oh mein Gott. Es ist zu beleidig. Es ist zu beleidig. Um alle zu euch, ne? Wie du einfach das perfekte Timing hast. Weil ich genau wusste, was abgeht. Gehst du hoch? Ja, ne? Ja, ich wollte eigentlich, also egal. Ne, ne, du nicht. Okay. Ja, du ist schwierig. Nehmen wir alle Vornamen oder liebevolle Kosenamen. Die Bitch. Und Sola. Was haltet ihr von einem Drachen? Ohne Fähigkeiten. Oh, ich bin Bot. Ich komme. Ja. Was mache ich eigentlich? Ich gebe es. So, ich habe keinen Flash zum Diven. Aber ich habe bald Level 6 actually. Oh, nice shield. Das war wichtig. So, ich mache noch einmal, ich mache jetzt Crux Red und dann habe ich ein Level 6 Gang für dich. Toplane? Fassen wir mal gucken, wie wir hier die Lame wieder zurückbekommen. Aber ich bin fein gegen Gragas. Ich weiß nur nicht, ob du in der Mitte fein bist. Ich bin mega, ich bin mega fein, die kann gar nichts. Ach, schade. Der hat schon Bock auf Stress, der Gragas. Können wir den töten? Oh, der ist jetzt sehr low. Ich renne mal durch. Ich renne durch, Sola. Ich renne weiter. Ich renne nicht weiter. Ich höre auf. Den Drang gemacht? Die kommt bitte auch. Ich rutsche dir aus, wenn ich wieder 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 gehen. Schlecht. Nichts. 20 heal. Ich bin mir ist egal, wo ich bin. Du kannst es aussuchen. Na, Rate habe ich Level 6. Da kann ich Mitte. Dann machen wir auch Bonk, Bonk. Dann sind wir uns Bot da eben gleich. Das habe ich niemals. Also wenn du Mitte fein wirst, bin ich eh Gragas sogar angenehmer, finde ich für euch. Dann los. Ich würde gerne nochmal Bot lane ein bisschen in Raum eigentlich. Ich auch. Ich habe Ult. Ich komme Mitte. Sie hat noch keinen Flash. Dann gehe ich einfach rein und Ult sie. Hello. Hello there. Das war konsequent. Also du mal. Bot lane, Maxim? Äh. Das war konsequent. So, war ist Bot lane los? Nichts. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Konnte halt keiner wissen, so, wenn ihr nichts callt. Ja, ihr müsst doch was sagen. Das ist ein kommunikationslastiges Spiel. Ich glaube auch, die Melfeld Javan und Winkorn zum Beispiel ist viel, viel krasser als eure. Ist wirklich cool. Das schafft die niemals, oder? Wenn du die Absprung kriegst, bist ein richtiger Mann. Klar mache ich das. Hier, guck. Upp. Zack. Upp. Hier raus. Und on autotech. Und on autotech. Ich schaffe es nicht. Aber ich habe noch einen Coup. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich schlägt IQ, IQ. Okay. Wenn E ist jetzt wieder da. Okay, das war unlucky. So, ich gehe Drachen. Ne, ich gehe, ja. Ich push mit raus. Ich push mit raus, komme ich wieder hoch. Also Talia ist von mir da hoch. Wenn ihr auf Top-Wählen auch Fett abholen könnt, ihr habt immer noch keine Steuern. Ey, ich musste meine Wölfe. Ey, die geht ja nicht hoch. Mal-Fights, Gangs. Ich bin da, ne? Also, wenn du ganz lange fightest. Der hat Raps gemacht. Fight wirklich ultra lang. Mh. War ganz wahrscheinlich auch in der Mitte. Wir können den bleiben. Warum ist denn Mal-Fight so OP? Steinmann ist einfach gut. Ich rieche als Zero Damage. Ich weiß nicht, warum. Du hast einfach zweieinhalbtausend Leben jetzt schon, ne? Haben wir hier was? Ja, ich bin da. Also in zwei Minuten. Wenn du jetzt zu mir kommst, dann gewinne mal. Ich kann mich auch noch mal machen. Wir können das vielleicht halten. Ich glaube, hier ist wirklich sehr, sehr stark. Also, vielleicht auch zu stark zu werden. Du bist ein kleiner, unwürdiger Typ. Ja, der hat mich schon gesehen, glaube ich. Ich könnte rein-TPen. Ja, drei, zwei. Das sieht so albern aus. Der macht gleich Q. Ja, kein Coolant für. Aber er hat nichts mehr und du brauchst keinen Flash mehr. The rest is yours. Super low, super low. Du gewinnst 100%. Oh, ne. Das verstehe ich ja gar nicht. Warte, man kann Oracle jetzt zweimal benutzen? Jupp, also zwei Sticks. Der ist aber nur ganz kurz. Der frech. Oh, die geht vielleicht auch nicht drauf. So, ich komme Bord. Ich renne durch und ignoriere meine Camps, okay? Neul. Ich habe 14 Sekunden Ult. Also, wenn ich da bin, habe ich probably Ult. Ich komme so. Also, hier könnte ein Wort sein. Dann komme ich über den River. Können wir kriegen? Ja, ja. Macht irgendwas von Weitem? Ja. Okay. Sehr gut, oh rude. Ich habe gleich wieder Kombo. Lass sie kommen, lass sie kommen. Sehr gut. Hä, was war das? Ich bin gekneidet. Ah, du hast ihn weggeschubst. Habe ich. Ah, du flashst auch, du huuuhuuhu. Geiler Tick. Danke. So, ich habe Wupps, die Kunden, smite. Wir können den theoretisch machen. Äh, Drung? Komm mal. Du wunderschöner Wunderschöner. So, 900 steht er. Wurde cool sein. So, diesmal ruhig mir sogar Schuhe. Puh. So. For my father, the king. König von Zwickau. Die wischen wieder Stress hier in der Mitte. Man, diese nervige. Ich mache den Blue und dann komme ich Mitte. Ich habe dann Volt. Jetzt könnte ich wieder flash, aber. Wir brauchen ganz dringend einen Maxim auf der Botlane. Na ja, dann mache ich ja so. Ich habe keine Wards mehr hier. Keine Wards, hast du gesagt? Keine Wards mehr. Ich renne komplett durch. Was für eine Art, die du hier umbrechst? Hast du gerade chill, bisschen zu spät gesagt? Nein. Ja, Kass hat es ja so und so. Sion? Hat er mich gesehen, der Arsch? Äh, Kutscher, was nehme ich denn hier für so? Da ist kein Wort mehr. Der will ab. Äh, ich würde sagen, nimm einfach das lila, ne? Lila, ne? Zack, zack? Ja, ja, zack, zack. Zack, zack. Zack, die Bohnen. Komm mit, kann das? Ja, das weiß ich selbst nicht so genau. Das ist gut. Mach damage. Mach damage, mach das. Das ist gut. Haben wir Info about you? Ja, jetzt haben wir. Ja, haben wir. Aber jetzt sind wir richtig stark hier. Jetzt können wir die ficken. In der Champion. Wortwahl. Oh, das ist ja wirklich gut für mich. Oh, die Vergesuchtsferkeln. Ja, genau. Niesen die richtig. So. Also, mit der dich aufholt. Na, wenn der eröffnet wird, sagst du Bescheid. Dann komme ich dazu. Sonst ist mir das alles zu mobil. Ich mache noch das Crack Camp. Also die. Warte, hier, guck mal. Die Hühner, die Hühner Cracks. Hier ist wieder Botswett gelaufen. Können wir den Gagas kennen? Ich hochkomme. Klar. Oh, ich wollte leveln. Naja, jetzt vielleicht nicht mehr. Ich habe gerade geholtet aus Versehen. Das ist das brutale Level. Wir dive'n den. Mit keiner Wave. Ich kill den einfach alleine. So lange verschwinden müssen. Ich habe mich zu viel versprochen. Oh, jetzt haben wir ein Problem Mitte, aber. Scheiße, Leute. CP da rein. Kommt von der Seite dazu. Komm, wir haben wir in die Mitte gerannt. Der ist einfach weg. Egi ist wieder drinne. T3, let's go. Wir töten mal, den töten mal, wenn er rauskommt. Hättet euch Herr Lier noch? Ja, ich habe EQ gleich ready. Oh. Okay, das kann ich nicht. Das war nicht Teil des Planes. Wir haben Blitzcrack bei mir gleich. Vielleicht. Hier. Habt ihr Bock auf den? Ich habe eigentlich nichts mehr, aber dafür wird es reichen, ne? Das ist die Dummste. Der Stange steht. Das war ein schöner TP-Waze, Alter. Du machst Sidelines, oder? Ja, ja. Nach der Wave. Wie nach der Wave. Ja, nach der Wave halt. Warum? Wo ich Mitte bin. Leon, das hat schon mal funktioniert. Ich gehe hier rein. Wir fahren jetzt rein. Ich bin aber sehr low. Hier? Wo ist der? Du hast das geschafft, Leute. Wo ist die Sau? Ich komme auch hier. Die muss unten lang gelaufen sein, oder nicht? Eigentlich schon. Ne, die ist oben lang raus. Lol. Ja. Krass. What? Das war das für ein Schild. Hab ich. Das ist aber wahrscheinlich ein Jump-Scare für den, oder? Ja. Ich habe die Wellen. What? Gleich muss ich raus. Ist raus, ja? Ist raus? Gut. Ja. Ja, danke Blitz-Schenk. Ist zwar nice. Das Wort hat ein Red. Der Carry ist ja so fucking fun. Bei Red gewinnt ist es zwar. Sie sind auch am hier. Gucci? Wir können den hier sehen. Was ist in der Mitte? Der ist in meinem Jungle. Der ist bei meinen Raptoren, der Arsch. Hast du aufgehört, dass bei... Ich komme. Nein, nein, ich komme. Der kann gar nichts. Er hat mich gesehen. Okay. Komm hinter denen, in der Mitte. Das Wort gar nichts. Müssen wir neu interpretieren. Ich gucke es. Ich gucke es echt schnell. Hier ist sie in mir. I, 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 Vier. Nein. Keinen Mahner, ne. Vielleicht wäre es Diamant gewesen, Leute. Oh, was ist das? Was ist das denn für ein Clown, hä? Gar nichts kann der. Also wir müssen aufhören. Gar nichts kann der mir zu sagen. Das ist wie so ein D-Buff. Nee, gar nicht. Das war es irgendwie gar nicht. Das war... Das war richtig scheiße. Und das war gar nicht immer so so gut. Maxim. Ich weiß. Haha. Der F-Obs ist... Der ist in mir drin. Vielleicht solltest du sagen, der Jaban kann gar nichts. Und dann... Ich lüge ungern. Ich gehe jetzt zeigen, ihr seht mich in 10 Minuten wieder. Bis gleich. Bomba. I know you want me. Gibt es aus? Maxim, warum? Ich gehe toll, ich gehe toll. Ich bin das erste Treffen mit Yi gespannt, ob du dann immer noch denkst, dass wenn... Oder dass das AD Carry Spaß macht. Hallo. Ich wollte probieren. Oh, ich habe keinen Smile, leider. Schade. Bin bei dir, ich bin bei dir. Also, jetzt? Ja. Jetzt noch Ignite oder so? Habe ich leider nicht mehr. Okay. Ich habe jetzt Ult. Und Smile. Äh. Warte. Ich sehe uns hier aber auch, Leon. Ich sehe uns hier auch. Ich komme jetzt hier Level 16. Wenn die hier Faxen machen, dann ist das over. Jetzt ist ein Taddy bei mir noch? Ja. Halt mal deinen Arsch hin. Halt mich so hin. Nice. Wow, 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 wow. Jo. Guck mal. Es sieht super cool aus. Ich glaube, das gewinne ich. Schein, Mann. 0 3 level zwölf kragers von johann ich habe alles getroffen er hat alles getroffen wer hat mich einfach getötet oder der stamm ist ein ganzer weniger wer hat sich besiegt der gragas oder ja ja wir haben uns einfach alle unsere spells in die fresse geklopft ich war drei leute über ihm und hatte ein ganzes item ich sag's dir gar das ist fucking bastelt genauso also es ist crazy erkennt man noch mal welche chemis hier wirklich stark sind da schützt so ein bisschen mehr fahrmacher als ich denke ich nehme mal hier er erzählt auch als farm ich finde auch die masse ist auch global bands sein einfach ein flexion so ich komme top wenn ich verstehe ich sie diesen gragas und ich muss anscheinend respekt haben vor denen ich verstehe da nicht warum aber irgendwie ich renne durch dann habe nichts für dich außer die welt wird gleich zu für mich gehen oder bin da ja ich habe trager ist abgefangen durch meine mechanics den hast du oder oder soll ich den ehen aber du kannst und wir haben ein problem ich renne oben ich renne oben ist ja ich weiß ich weiß ich mach nur so hier wäre ich mache hier weiter ich mache hier weiter noch man ist schilde ist das wenn spotting da und ich muss probieren wer gewinnt eigentlich gegen je später du oder solar ich gewinne du gewinnst okay ja wer hat eigentlich von euch beiden mehr edc erfahrung ich bin da warte mal da ist jemand komisch unter dir hatte alles hatte alles hat er alles er klaut mir mal meine kacken wie lange auf 16 das sind ihr müsst ihr müsst oben theoretisch nicht weiter rein fahren wir haben jetzt hier gut 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 trades ja ich mache ja ich mache ja ich mache ja gar nichts ich kriege ja kein der mit schon da ist auch nur ein bisschen mehr mehr dass da kann ich nicht rein weil der turm weg ist ja ja alles gut nicht einmal hier durch springen wir sind online wir halten hier ich komme base dieses übernach flash komo ich kann base und immer rein okay wir gehen raus der schmerz ist mir zu groß also talia kein flash das gilt vor allem für philly weiss siedel so wo ist denn dieses komische item können wir den drake feiten mittels locker oder so ein sehr guter weg schild ja den kompletter warum ist denn grager so tanki mit dem schack bild oder ja ich verstehe es ordentlich hast du denn tatsächlich nicht so doch haben wir jetzt auch so schnell ja jetzt habe ich den auf jeden fall jetzt hinter dir wieder und die ist oben da ist gut zu den alleine jahren ja und den auch noch hier um meister gehen da bleiben wir da bleiben wir einfach dran warte mal warte mal warte mal wichtig ja wichtig meins meine ult hat 0,9 sekunden cooldown wie viel 0,9 sekunden füllen wir vor ich hab schon 1000 warte das hat ein auto tag das ist erstmal ticken lassen aber so ein auto tag für keine ahnung wieviel schaden macht das ding wieviel schaden macht ne ult ok jetzt guck mal taub kurz guck mal ja ja das ist weiß ich wie lange 0,9 sekunden mit danke 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 wieviel damage machst du pro ult also steigen nicht so viel 380 und 150 damage mehr mit dir ult das ist ja echt nicht so viel oh ja so ja der je wird zu todesdeseed werden das ist sein dev der wird sich einfach nicht bewegen der boy kagas top lane wo wir den holen jetzt habe ich mir ich habe keine vision von der anderen seite ist er hoch leider nee sorry bin dumm das ist wenn er jetzt weg kommt oh haben wir noch bock ich hätte noch nämlich was ja 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 und auch da gleich ist es das hier brauch ich wichtig ok oh ne es war keine verschwendung stark wieder aufpassen wir können nicht tot sich ziehen das schaffen wir nicht auf die krabbe und dann break und über die abholen aber er holt sie ab ich mache ich auch immer immer ein auto abwerfen also ich könnte uns die wagen ich hätte ich hätte tp aber das ist was soll das da oben wichtiger ich habe nur ich habe fünf sekunden auf und leider er ist aber tod ist oder ich komme entgegen den fluss runter ich kann von der seite kommen sind zwei maxi bei dir ok ich lebe doch noch mal schmerzen aber ja das habe ich sehr schlecht eingeschätzt es ist wie immer geht nichts meine warme stickt rein und wir ficken kommen wir ficken wir haben geschäftsverkehr miteinander es ist besser ja ja die wird gesloten er hat nie was anderes gespielt in seinem leben es ist laut also ich ja das ist ja schlimm drache auch eine minute ich gebe den drachen direkt durch der ist einfach level 16 ich bin leider ein bisschen behind würde ist Minion weggekickt scheiße wenn wir den je wieder töten die wussten gerade auch nicht wo der steht also aber jetzt sieht es so aus als wenn wir sitzen oder ja ja na gut ihr kleinen ferkel dann los ja black steht auf mich drauf und dann gehe ich rein und stelle den die gegner steinmann kassadin kassadin kann ich nicht anklicken hallo was kannst du aufmachen bitte ja tut mir leid ich schwöre ich hab gedrückt wirklich aber ich war halt in der luft äh das ist schon aber dann machen die stall wahrscheinlich ne egal ich habe haben wir damage dafür mach das ja der ist ja ok ja doch ganz gut ich dachte unser schaden wäre sehr viel schlechter als das klappen nashor boah ich konnte jetzt wegen den dragen zahlen nicht sehen das ist ja übel dumm aber jetzt sind wir aber ganz schön schnell naja aber ist ja nicht so wichtig für uns ja ne für leon ist vielleicht unangenehm ach bach schon das q kommt ja eh nur auf die mauer verduld also scheißegal ich höre mal kurz mal das gold oben kann man ja noch gut gehen jetzt klappt hardsteal eigentlich mit äh eisboden jahre das doch gespielt oder ich habe was mir der menschen die ist bei mir hätte das die fände ich glaube schon ja müssen auch was ist bei mir ja ja ich vorsichtig oh bei mir da kommt ein tp ja ok dann gehe ich rein aber ich werde nur ich glaube ich werde nur carys engagen ober kragas ist nicht da 0,8 sekunden okay seid ihr ready mit eurem tc auf meine auf meinen tc zu folgen ja ja oh der sein weh ist raus ja aber haben wir genug damage dann los ihr wart so nicht ready also ich habe mich gut gefühlt habt ihr hier geroutet oh moxil komm her ja ich lebe noch so garras und deswegen verlierst du auch die games weil nämlich den falschen tc ist so für die westzeit ist der carry nicht stadt und im 1 ich glaube jetzt kein flash mehr war was war bock ja ne ich habe aggro der tor macht ja übelst damage ich bin dumm wie ein stück schärftigen zeit schaden alter ich warte eben auf meine rohmer für mich ich habe einen 5 cp ich habe einen 20 wieder old ah das bist du da der je oh je ist er da ja ich bin du hast die old gebetet das alles richtig gemacht ja der schnetzel mich komplett weg wie machen wir aus leute also haben wir im plan für die ja es ist ein solches verrückt sogar na gut ich mache ein wort wofür braucht man sich aber ja das ist gut die pforten auf dem pink wort ok was wir planen ruhig machen kann man dann gehe ich halt weg aber er wird bereit gewesen das finde ich gut ja 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 wir haben einfach alle keinen bock auf base nicht nötig woher zwar absicht ich habe etwas können morgen ich glaube ich bin der wenn der hier ist ein problem die zenten die sind nicht hier die sind nicht hier eins zwei hey was war das penta penta es war kein pender es wurde schon geklaut ja oh mein gott oh mein gott oh mein gott du frecher hey was war das gerade die dir einfach in den schrägern rein warum bin ich noch am leben ich war im shop schon raus golden boy ach der hier der kann einfach nix mal das ganze der rumpere gereicht werden so warum mich geflächen wenn wir katerin haben ein leute ich mache jetzt den nexus ja brauchst du dich nicht es ist genau 15 Uhr ihr seid so pünktlich wie ist der grager so tanken mit den items das ist echt geil pg pg leute sauber 100% wir haben einfach alles gewonnen das ist so überraschend ja das ist krass haben wir wirklich alles gewonnen ja wir haben alles gewonnen krass alles haben wir gewonnen nicht ein lost heute starke starke leister viel jahres zeit bester edc guck mal ich glaube ich bin jetzt diamond ich habe eine ranglösenbelöhung bekommen ein zufälliger augensplitter ja man es war eine geile runde so okay dann also brücci wir gehen jetzt trainieren ja gib mir 15 minuten 15 minuten 15 minuten 15 wochen du meinst du es nicht ernst du okay viel erfolg euch ja danke für die games machs gut tschüss 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 ich mache immer ein kleines 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 spielchen draus ich glaube das war platin ich glaube jiva diamond ich glaube wenn war nicht ich glaube kaiser war gold ich glaube ich glaube